Wo stehen die Pronomen? Aussage. Er gibt dem Freund den Schlüssel. Er gibt ihn ihm. Frage. Gibt er dem Freund den Schlüssel? Gibt er ihn ihm. Imperativ. Gib dem Freund den Schlüssel. Gib ihn ihm. Perfekt. Er hat dem Freund den Schlüssel gegeben. Er hat ihn ihm gegeben. Modalverb. Er muss dem Freund den Schlüssel geben. Er muss ihn ihm geben. Im nächsten Video sehen Sie Übungen zu diesem Thema. Er hat ihn ihm. Er ist ein paar Minuten. Er wird ihm, was er dann mit dem Freund den Schlüssel geben. Er hat ihn ihm. Er hat ihn ihm. Er hat ihn ihm. Er hat ihn ihm. Er ist ihm. Er hat ihn ihm. Er wird ihm. Er hat ihn ihm. Er hat ihn ihm. Er hat ihm. Er hat ihn ihm. Vielen Dank.